Im EG-Bereich ist alles was jung, modern ist, junges, modernes Wohnen, von günstiger Preislage bis Mittelpreislage und dann geht man ins Obergeschoss, da befindet man sich gleich in einem Landhaus, in dem die Landhausleuchte hängen, Hängeleuchte, Deckeleuchte, Stehleuchte. Und auf der anderen Seite laufst du über eine Brücke und dann bist du im absolute Designbereich. Da gibt es auch zwei neue Räume, die sind zum Verdunkeln und man kann jede Leuchte einzeln schalten. Also oben im Fünf-Sterne-Graus ist meine Lieblingsleuchte, die habe ich vor Jahren in Italien auf der Messe entdeckt, also wirklich vor x Jahren, ich weiß gar nicht wie viel, aber sie ist bis heute meine Lieblingsleuchte geblieben. Ja. 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 Vielen Dank.